Das Zeremonial des Startes Stichwort 6-Tage-Rennen. Nachgeschlagen im Lexikon Dauerfahrern für Profimannschaft über 146 Stunden auf einer festen Hallenbahn. Die wiegegeener sportlich garnierten Schau- und Trinkfeste stand allerdings in einem amerikanischen Schlachthaus. Seit genau 6 Jahrzehnten dreht sich auch in den Städten Europas der 6-Tage-Kreisel immer neu und doch immer gleich. Seitdem gibt es Zeitgenossen, die das runden Karussell leidenschaftlich lieben und es gibt andere, die es als Ausgeburt teuflischer Sinne verdammen und seinen sportlichen Wert leugnen. Unbestreitbar ist seit eh und je die Härte der 6-Tage-Rennen. In Frankfurt erlebt der Schweizer Fritz Pfenniger einen komplizierten Beckenbruch. Schwere, auch tödliche Unfälle stehen auf den Schattenseiten der Winterbahnbilanz. Denn eine Jagd, der Kern des Rennens, verlangt mehr als nur das Talent zu sportlicher Gaukelei. Stundenmittel von über 50 Kilometern sind keine Ausnahme. Wenn eine der Mannschaften, hier Ex-Weltmeister Altich nach der Ablösung mit seinem Partner Rennens, einen Vorstoß startet, um gegenüber dem restlichen Feld eine Runde zu gewinnen, muss sie sich quälen, muss stärker als die verfolgenden Konkurrenten sein. Der Lohn des Augenblicks bleibt bescheiden. Beifall der sachkundigen Zuschauer und die alleinige Führung im Rennen. Weder dem 6-Tage-Sprecher, der ein stets wachsames Auge auf den Abbau einer Jagd hat, noch einem Radsportkundigen Pädagogen wird es auf Anhieb gelingen, dem Laien das verwirrende Kreisen und Treiben auf dem Oval zu enträtseln. Aber gerade die ratlosen Besucher neigen zur Argwohn. Sie vermuten geheime Absprachen oder andere Hexenkünste und vergessen, dass jeder Fahrer während eines einzigen 6-Tage-Rennens bald 3000 Kilometer bewältigen muss. 15 Rennen rollen jährlich allein in Europa, davon sieben in Deutschland. Die Gladiatoren auf dem Rad müssen sich ihre Börse wahrlich schwer verdienen. Auch Rudi Altich, der mit einer Tagesgage von 3000 Mark zu den Spitzenverdienern zählt, Prämien und Nebeneinnahme nicht mitgerechnet. Peter Post aus Holland, der erfolgreichste 6-Tage-Fahrer aller Zeiten, mittlerweile 36 Jahre alt geworden, liegt mit 2000 Mark ebenfalls über dem Durchschnitt. Die untere Grenze 300 Mark. Von allen Gagen gehen allerdings beträchtliche Unkosten für Masseure, Monteure und Mechaniker ab, deren Leistung in den kurzen Pausen zwischen den Jagden besonders augenfällig ist. Berufsrennfahrer, das weiß auch der Mannheimer-Debutant Jürgen Can, ist ein lausiger Job, riskant, voller Entbehrungen und Ungerechtigkeiten. Was beweist es, dass Rudi Altich durch diesen Sport ein reicher Mann geworden ist? Nichts, nur dass er Glück gehabt hat, zumal sich die meisten deutschen Pedaleure heute mit Existenzsorgung herumschlagen. Dennoch haben sich jene Männer einen amateurhaften Ehrgeiz bewahrt. Ein Beispiel lieferte Patrick Sercue, der Sprinterweltmeister aus Belgien. Hinter seinem Partner Peter Post fuhr er ein paar Vorbereitungsrunden und versuchte dann, den Bahnrekord zu brechen. Mit 10,6 Sekunden für 192 Meter gelang der Versuch. Profis bringen also auch Leistung ohne Ware-Münze. Bei Funktionären ist das selbstverständlich. Zum Beispiel Heiner Knappke, 77 Jahre alt. Mit seiner Gesundheit stimmt es augenblicklich nicht ganz. Ein verständnisvoller Chefarzt gewährte aber sechs Tage Urlaub vom Krankenbett, six days als Therapie. Es gab Zeiten, da verwandelten sich selbst abgebrühte Zeitungsschreiber in romantische Poeten, wenn der Sechstagewalzer erklang. Noch heute wirkt der eigenartige Geruch von Nikotin, Schweiß, Alkohol und Parfum stimulierend auf den, der es versteht, Fluidum zu kosten. Aber die Dauerflaute auf den deutschen Winterbahnen, von der auch die Hochburg Frankfurt nicht verschont blieb, stimmt bedenklich. Papas Sechstagerennen ist noch nicht tot, aber es geht unsicher in die 70er Jahre. Wo einst aus der Arena die größte Kneipe der Stadt wurde, wo die Dirne neben der züchtigen Hausfrau, wo der Arbeiter neben dem Direktor die Sechstage Nacht zum Volksfest machten und Radfahrer dabei nur noch störten, breitet sich heute gepflegte Langeweile aus. Die Bürger der Wohlstandsgesellschaft, übersättigt von den Eulinen des Schuhgeschäfts, amüsieren sich offenbar nur, weil Amüsement im Eintrittspreis inbegriffen ist. Seine Kritikfähigkeit hat sich das Sechstagepublikum erhalten. Den Versuch, die Festhalle zur Werbung für den Berufsboxer Norbert Gruppe, alias Prinz Wilhelm von Homburg, zu missbrauchen, quittierten die Besucher mit einem Pfeifkonzert in Fortissimo. Messedirektor Wittrock nahm es zwar leicht, aber die Ehrenrunde gebührt in allen Sechstagehallen nur jenen Gästen, die ohne Nebenabsicht dem Publikum und den Fahrern Referenz erweisen wollen. So wie der österreichische Schauspieler Gunther Philipp. Oder Butler Martiniente. Zugegeben, es war ein Schönheitsfehler, aber der Teufel steckt bekanntlich im Detail. Inzwischen hat sich der Boxprinz an seine schwindende Popularität ohnehin gewöhnen müssen. 0 Uhr 45. Die Mannschaften jagen um die Automobilprämie. Sachwert 5700 Mark. Seit einigen Jahren werden die höchsten Prämien nicht mehr im Sprint, sondern in längeren Jagden ausgefahren. Otto Weckerling, der sportliche Leiter, steuert den Ablauf geschickt. Regie ist Kundendienst. Kommerziell betrachtet wäre es eine Fehlkalkulation, die vorzeitige Entscheidung des Rennens zuzulassen. Eine Mannschaft, die sich gegen dieses ungeschriebene Gesetz auflehnen würde, bekäme die Rache der Konkurrenten zu spüren. Mindert diese Tatsache den meisten Zuschauern ohnehin kaum bekannt, den sportlichen Wert eines Sechstage-Rennens? Ja und nein. Eine Steuerung des Ablaufs entspricht nur bedingt den Gesetzen eines echten Leistungsvergleichs. Aber der Mummenschanz gehört nun einmal zum Geschäft, das nur dadurch attraktiv wird. 4.15 Uhr. Rudi Altig gibt noch einmal Autogramme. Nach neun Stunden geht eine Sechstage-Nacht zu Ende. Meine sehr geehrten Damen und Herren, die Veranstaltungsleitung, die Messe GmbH von Punt, bedankt dich für Ihren Besuch in der dritten Sechstage-Nacht und wünscht Ihnen einen guten Nachhauseweg. 4.30 Uhr. Kehr aus in der Festhalle. Putzfrauen vernichten den Schmutz der Nacht. Sie wissen nichts von den Ereignissen, die noch kurz zuvor unentwegte Besucher fasziniert haben. 11.30 Uhr. Neues Leben in der Festhalle. Nichts erinnert an die vergangene Nacht. Mechaniker und Betreuer beginnen ihr Tagewerk. Masseurer halten Nachlese in der Morgenpresse. Rudi Altig und die anderen Fahrer dürfen frühstücken. Ein Privileg, das relativ neu ist. Früher musste immer ein Fahrer jeder Mannschaft auf der Bahn sein. Der Partner hatte am Vormittag Schlafpause. Auch bei den Radprofis geht die Liebe durch den Magen. Sie sind auf peinliche Einhaltung ihres Speiseplans bedacht. Sechs Tage Koch Hans Dampker kennt jeden Wunsch der Cracks auswendig. Seine Erfahrung aus 200 Rennen zahlt sich aus. Experten behaupten, er könne aus den Bestellungen der Altig, Bugdal oder Kemper sogar die Verfassung und Form seiner Schützlinge beurteilen. Die These ist nicht beweisbar, aber sicher nicht falsch. Kindernachmittag in der Festhalle. Sogar hier zeigt sich die Krise des Sechstagerennens. Noch vor einem Jahrzehnt waren die Nachmittagsveranstaltungen oft besser besucht als die Abende. Die Jugendlichen drängten sich früher auf den Rängen. Das Bild hat sich gewandelt. Autogrammhungrige Kinder verlieren sich in dem weiten Oval. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Entsprechend reserviert ist der Einsatz der Fahrer, die sich einer Pflichtübung entledigen. Ein spektakulärer Wertungssport, den scheinbar durch Zufall Deutschlands Radsport Astro die Altig gewinnt, das ist die sportliche Ausbeute, die zu gering erscheint. Reformen des Sechstagerennens scheinen unerlässlich. Die Verantwortlichen in Frankfurt gaben bereits dem Finale ein neues Gesicht. Vor der Schlussjagd wurde ein Mannschaftsverfolgungsfahren ausgetragen. Das beste Team erhielt zwei Gewinnrunden im Gesamtklassement. Dies war eine geeignete Maßnahme, zumindest die letzten 120 Minuten ausschließlich nach sportlichen Regeln durchzuführen. Die Kombination Post-Serkü war über die vier Kilometer Distanz am schnellsten. Damit fiel eine Vorentscheidung. Die Publikumslieblinge Rudi Altig und Sigirenz versuchten erfolglos die Niederlage abzuwenden. In Frankfurt gab es diesmal kein populäres, sondern nur ein gerechtes Ergebnis. Der Vorstoß der Matadore war schnell gestoppt. Finale jeder gegen jeden, bestimmt vom persönlichen Ehrgeiz. Das Gerede von den Absprachen wurde Lügen gestraft. Vielleicht begann eine neue Epoche der Sechstagerennen, aus denen Schauelemente mehr und mehr verschwinden. Peter Post und Patrick Serkü beherrschten die Gegner wie sie wollten. In Frankfurt gewannen die besten und stärksten Fahrer. Und das sprach für dieses Finale, auch wenn Rudi Altig die Frage nach der Ursache seiner Niederlage unwillig kommentierte. Das war hier in Frankfurt zu viel mit diesem Mischen. Beides müsstest du mich nicht äußern. Die ganze große Mannschaft ist in Nuri irgendein Ander gefahren. Wir mussten immer aufregeln mit drei Landschaften, wir mussten immer zurückfallen, was ganz schwer. Peter Post. Das Publikum reagierte wütend und demütigte die drittplatzierten Rudi Altig-Sigiretz. Und nun die Siegerung für die Gewinner des 24. Frankfurter Sechstager 1, Peter Post, Patrick Serkü. Und nun die Siegerung für die Gewinner des 20. Frankfurter Sechst. Den Siegeskuss erhielt Peter Post von seiner Frau. In diesem Augenblick mag ihm die Zukunft der Sechstagerrennen gleichgültig gewesen sein. Sicher sogar, denn der lange Holländer will seine Karriere beenden. Das war's für heute. Das war's für heute.